Es ist Freitag, Zeit sich heute mal um Smart TV zu kümmern. In unseren Fragenkatalog kam ganz oft die Frage nach, erklärt mal was zu Smart TV. Was ist ein Smart TV? Nun, früher gab es Fernsehgeräte, die wurden fest irgendwie eingestellt, konnten dann Sender 1, 2, 3, 4, 5 zeigen. Heute können Smart TVs viel mehr als das und holen sich aus dem Internet zusätzliche Inhalte, die zum Beispiel über einen App Store geliefert werden. Streaminganbieter wie RTL+, Disney+, Netflix können dann noch mit integriert werden. Das war früher nur möglich an einem Nicht-Smart TV, wenn man einen zusätzlichen Stick angeschlossen hat. Smart TVs bieten außerdem meistens noch eine Funktion wie die digitale Fernsehzeitung direkt im Fernseher drin. Aufnahmeprogramme, wenn man Festplatten angeschlossen hat, USB-Sticks oder ähnliches, teilweise auch Cloud-Lösungen, die das anbieten, dass man Sendungen aufnehmen kann oder neu starten kann oder kurz pausieren kann. Um vielleicht das Paket an der Tür anzunehmen und dann seine Lieblingssendung weiterzuschauen. Also Smart TVs machen das Fernsehgucken einfach smarter. Das Ganze gibt es natürlich in verschiedenen Größen, in verschiedenen Qualitätsstufen. Bis 4K ist heute gängig. Ich habe auch schon 8K gesehen, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir dahin kommen. So, viel Spaß beim Fernsehgucken und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Das war's 3K ist heute. Untertitelung des ZDF, 2020